und kommen mein name ist dann ihre p und ich bin metal mario master es geht weiter wir sind in kapitel 23 ja ich habe es noch mal nachgeprüft wir sind in der savanne und ich glaube wir müssen wir müssen glaube ich jetzt aber ich weiter verfolgen und ich glaube dass wir jetzt genau das machen da wird lustig wir haben wir uns anstellen für die heutige aufnahme ist jetzt schon ein bisschen lustig kommen einige sehr interessante kapitel ja ich weiß gesellschaft ich mag aber keine gesellschaft ich glaube ich über mehr ich bin über dir nicht gedrückt ich glaube ich glaube ich ja ich habe die falsche taste ist tut mir leid ich habe gedacht aber ich weiß nicht ob da genug war ja ich entschuldige mich in einer form dafür ich habe auch scheppert rein gehört also ich weiß jetzt hat irgendwie eine anzeichen dafür ist war recht von uns egal ich habe sie mitbekommen aber dafür sollten wir den bildschirm bisschen einteilen ja denn du die linke seite ich übernehme die rechte die donach reich ich habe ich habe ja ich habe jetzt gerückt aber dann habe ich gesehen als v ja ich wusste wieder x drücken ok mädels würdet ihr bitte mal weg gehen dankeschön ich würde die hinter uns erledigen ich wollte eigentlich schon immer mal so eine safari machen aber nicht so eine woher nehmen die überhaupt die ganzen motorräder her ich nehme ich habe den typen 20 mein gesicht geschaffen ist immer ich bin tot ja noch mal ich kann jetzt für die hinter uns machen wir auch noch mal so ein auto können die überhaupt so präzise mit ihrer axt werfen nein ich werfen nicht werfen nicht werfen ich habe ihn abgewehrt da sind ja noch welche a und okay du lebst ich rechte noch nicht ich kann gar nicht so weit nach links überhaupt irgendwie kann ich die auto nicht richtig erreichen ich habe doch mal so wunder wie die bliegt aber jetzt bin ich weit so jetzt noch bitte ein kontrollpunkt Ja, bitte. Ah, Checkpoint. Warte. Oh, hi. Was ist so? Was ist so? Ich sehe nur vor so. Hi, no? Wir haben immer noch so wenig HP. Ich sehe doch die Fässer, ihr seid fässer überall. Ich habe doch schon geschossen. Da steht sogar noch auf. Wie kann der überhaupt aufstehen? Ich bin überhetzt. Oh, oh. Ich sehe ein bisschen aus. Warum haben Sie, warum? Es war deine Idee, auch Veteranen zu spielen. Ja, und ich liebe es. Bada 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 bada. Ja, was? Wuhu. 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 Nein, nice. Checkpoint. Ich glaube, das ist aber da noch was kommt. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Oh, weißt du was? Alter. Oh, oh, oh. Ich erreiche mich gar nicht. Ich habe ihn. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Weißt du was? Wir sind so am Arsch. Oh, sehr gut. Ich habe es geschafft? ich habe mir als gesagt gewünscht hat wir einmal da am fluss gestorben werden wenn wir den fluss gefallen vielleicht kann sich hier einblenden der wird doch jetzt nicht möglich hast du gesehen wie ja wie ein sack kartoffeln kartoffeln alle sind hier am schlafen ja das soll amerika sein vielleicht ein bisschen mehr erwartet afrika ja amerika ich glaube ich weiß was kommt hallo mr l gigante du bist aus resident evil 4 gut dass ich genau weiß wo sein schwachpunkt ist wenn ich mich nicht erinnere sind wir so gut wie tot go 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 ich habe ihn auch immer nicht ohne fast nehmen wir in vorausschlechern wir den erstmal scheiße ich habe ich habe auch nicht genug die augen fuß das tut doch weh und jetzt die picke ich weiß so den linken nicht in den rechten weil normalerweise ist das ist der faran sieht auf seinem rücken wir wollen uns noch nicht ab wenn du mal hinten verladen zu einer abweg ich bin überhetzt mein gott hat dann viel aus ging aber da haben wir das problem hier sind doktoren wir wissen was wir tun ja oder nicht ja natürlich ja ich glaube ich muss nichts folgen ich habe nichts über gerade ich muss auf jeden fall ausdrücken da ist gerade muss ich ja weggucken ja 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 ich glaube ich muss ja nichts drücken warum muss ich dir was du aber durch der weg nein ich höre schon wieder leute da hat echt gut so ein gigant zu haben er hat mich ja an resident evil 4 da gab es da gab es so einige von denen frau sehr gut ja ja ich kann nicht so schnell ich bin den fast natur au verdammten dem link auf ihn geschossen und auf seinen fuß schießen hat es nicht so wir sind doktoren wir wissen was wir tun der parasit muss eindeutig entfernt werden muss operativ entfernt werden und jawoll okay voll 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 da wir haben mal wieder eine gute tat vollbracht ja es ist aber vielleicht ja es ist aber vielleicht ja wo wissen du gut ich che ich ein persönliche wohnheit persönliche kreis kreis rühe wir entweder ich nicht auf die ich habe ja die grafik bei mir müssen runter geschraubt damit auch bei mir flüssiger ist und die gesichtsausdruck gesehen sehr gruselig aus ja du ich und der andere was ja und die mauer die zwischen uns steht ich weiß was jetzt kommt ja dafür lustig ja jetzt kommt das marshland ja das kann ganz schön dauern ich weiß und wenn wir wieder irgendwie probleme mit dem internet haben dann aber wir haben es geschafft ganz direkt im archiv einsehen das war waren die dinge weiter aber ich würde dann ja kurzen schnitt machen ich weiß es war sehr kurz aber ja mein kapitel erledigt und das war ich mir dass das muss reichen damit kann ich ja mal nichts bekommen oder so ja etwas kurzer war ist aber warum nicht kurz aber actionreich also dann ist denn